Hallo, mein Name ist Meltem Durmus von Holzporzellan. In diesem Video erkläre ich Ihnen einige wissenswerte Details zum Thema Vignettenporzellan. Grundsätzlich zählt die Vignette zur Familie der Porzellandekore. Für uns Porzelliner ist es egal, ob wir ein kundeneigenes Logo oder ein Volldekor anbringen. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Arten Vignetten und Dekore auf das Porzellan zum Brennen. Die Unterglasur, die Inglasur oder die Aufglasur. Diese Verfahrensweisen sind für uns entscheidend über die Farben und Haltbarkeit der Vignetten. Für die Herstellung von kundeneigenen Logos verwenden wir, sowie alle anderen Porzelliner, in der Regel das Schiebebildverfahren. Beim Schiebebildverfahren wird Ihr Logo auf große Druckbögen gedruckt, die anschließend ausgeschnitten werden und von uns in der Fabrik auf das Porzellan aufgebracht werden. So wird aus unserer Porzellanmilchkanne Ihre individualisierte Milchkanne und aus unserem Coffee-to-go Becher Ihr eigener Coffee-to-go Becher. Und natürlich geht das auch mit allen anderen Artikeln aus unserer Kollektion. Ab 5000 Stück fertigen wir sogar Ihre eigene Form. Und wie die Schiebebilder auf Ihr Porzellan kommen, das zeige ich Ihnen jetzt in der Fabrik. Hier sehen wir nun eine der größten Schiebebilddekorationsstraßen, die es in der Porzellanindustrie überhaupt noch gibt. Wie Sie sehen, erfordert das Anbringen der Schiebebilddekoration eine große handwerkliche Geschicklichkeit. Hier auf dieser Schiebebilddekorationsstraße sehen Sie die Akkordarbeit der Arbeiterinnen, die mit der Dekoration eines Tellers betraut sind. Da diese Arbeiten ein großes filigranes Geschick erfordern, sind diese Arbeiten in der Porzellanindustrie vornehmlich Frauen vorbehalten. Das ausgeschnittene Schiebebild wird hier händisch auf dem Kaffeebecher justiert und glatt gestrichen. Das macht es erklärbar, dass jeder Dekor minimale horizontale Abweichungen zur Ober- oder Unterkante hat. Denn das Anbringen des Dekors ist und bleibt Handarbeit. Das aufgetragene Schiebebild wird hier mit einem Spatel und einem Schwämmchen auf dem Kaffeebecher ausgerichtet und glatt gestrichen. Große Schiebebilddekore, wie hier ein Volldekor für eine Untertasse mit der Aussparung für den Tassenspiegel, sind überaus schwierig anzubringen und erfordern eine großmögliche Sorgfalt. Nur erfahrene Mitarbeiterinnen werden mit der Aufbringung großer Flächendekore betraut. Egal in welchem Land wir von Holzporzellan die kundeneigenen Vignetten aufbringen, sind diese Arbeiten stets von handwerklicher Natur. Maschinell angebrachte Vignetten rentieren sich erst ab einer Stückzahl von 10.000 aufwärts. Dieses Verfahren, der Direktdruckübertragungstechnik, zeigen wir Ihnen in einem anderen Video. Nach dem Aufbringen der Vignette werden die Artikel auf sogenannte Sortierbretter gestapelt, bis sie im Ofen mit der zugedachten Temperatur gebrannt werden. Bitte denken Sie daran, dass die Vignette nicht bei einheitlichen Temperaturen gebrannt werden, sondern wie vorhin erwähnt im In- und Aufglasurverfahren gebrannt werden können. Kommen wir zum teuersten Teil der Vignettenfertigung, der Brand. Professionelle Vignetten müssen in einem zweiten Arbeitsgang thermisch auf das Porzellan gebrannt werden, damit diese sich mit den Glasuren verbinden bzw. darin einsinken. In-Glasur-Vignetten werden in der Regel in Brenntemperaturen zwischen 980 und 1200 Grad gebrannt. Aufglasur-Dekorationen erfordern nur einen Temperaturbereich zwischen 600 und 900 Grad Celsius. Je nach Fabrik, Auflage und Brenntemperatur stehen ganz unterschiedliche Ofenformen und Ofenarten für den Dekorbrand zur Verfügung. Sie gleichen sich aber in der Hinsicht, dass sie alle das Porzellan offen, also ohne Kapseln brennen. Dieser Umstand erfordert von der Fabrik, gerade in der Zone der Dekoröfen, eine besondere Sauberkeit. Es gibt Blocköfen, Rundöfen und Tunnelöfen. Diese werden sowohl mit Gas als auch Elektro betrieben. Je nach Art der Vignette, also ob Inglasur oder Aufglasur, kann die Brennzeit einer Vignette bis zu 8 Stunden in Anspruch nehmen. So, die Vignettenproduktion ist nun abgeschlossen und der Auftrag betritt die nächste Phase. Je nach Aufgabenstellung und Kundenwunsch sind besondere kundeneigene Verpackungen gewünscht. Bei Auflagen ab 3000 Stück können wir im Rahmen eines Gesamtpaketes jede Art von Geschenk- oder Präsentverpackungen realisieren. Nun geht es ins Packing-Department bzw. in die Packstation der einzelnen Fabriken. Je nach Preis und Vorgabe erfolgt an dieser Stelle eine werkseitige Qualitätsprüfung oder auch ein formelles Quality Audit durch unser eigenes Personal oder durch amtlich zugelassene Prüfungsinstitute wie z.B. SGS, TÜV oder andere speziell vom Kunden vorgegebene Institutionen. Haben wir für die Produktion mehr Zeit, ist es erheblich günstiger, die Vignetten direkt in der herstellenden Fabrik anzubringen. Die Zusammenstellung von Artikel- und Dekorfarben spielen bei der Auswahl des richtigen Herstellerlandes und der richtigen Fabrik eine wesentliche Rolle. Die erzielbare Ersparnis beläuft sich in der Regel auf mindestens 50%. Wir von Holzporzellan übernehmen für Sie je nach Wunsch den gesamten Vignettenservice, in welcher Stufe auch immer wir damit beginnen oder enden sollen. Produktentwicklungen, CAD-Planungen und Vignettenentwürfe sind ebenfalls ein Bestandteil unserer Leistung. Bei Holzporzellan realisieren Sie Ihr individualisiertes Porzellan vom Profi für den Profi. Wir sagen vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es würde uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Sprechen Sie uns einfach an Ihr Team von Holzporzellan. Sprechen Sie uns einfach an Ihr Team von Holzporzellan.